ich verstehe ich jetzt nicht, ich habe jetzt etwas ausgewählt und kann das drunter nicht auswählen also ich muss noch zwei Punkte im Skillball vergeben passt so das Kind habe ich und wenn man nach dem Hauptdingen geht, muss man im unteren Meridian und dann Politea Meridian und da, da, ja, das heißt man reist Hallo? Hm? Was sind das für Geräusche? Und? Also Ja Wir reisen in 3 2 1 Kauf, du reist mit Jaja Ich sollte jetzt aussteigen müssen, wieder einsteigen müssen, wenn ich alleine weiter Das ist richtig War ja schon mal, scheinbar, schon mal mal oben Weil, ist ein Glitch, ist ein Bug Dann hätte ich auch gerne Ja 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 Ich bin nicht öffnet, viel Glück Und was immer du da drin findest, schlepp es nicht in die Stadt, okay? Ach Gott, das ruckelt mir, wenn ich jetzt in die Stadt und nicht da irgendwo wechsle Du wirst noch heißer in einem Haufenstall aufreden Du wirst noch heißer in einem Haufenstall aufreden Du wirst noch heißer in einem Haufenstall aufreden Ja, ja Geht schon Vielen Dank Aufsatz mit Ries Achtung, ein, äh, Trupp Maliwan-Verweigerer hat sich beim Zugang verschanzt Du wirst sie vertreiben müssen, wenn du da durch willst Ich schicke Atlas-Streitkräfte zur Unterstützer Du hast meine Gedanken gelesen, Ries Komme hierher, sichere die Rampe und boxt dich durch Die Feinde kämpfen, trotz des toten Anführers Er hat sich zu tun Also, das ist ein Anführer, oder was? Schmerz Habe ich das von alle, komm ich da ran 2,3, hm? Da ist jetzt die Autostation, dass wir wieder zurückfahren Naja So, aber nicht die Autos Wird jetzt bei dir neue Teile verfügbar? Ja 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 Wenn du nicht machst, muss ich für die Mauer, ne? Wird doch nicht in der Mauer Schieb mich Hm? Schieb dich, ey Du Schieb mich Hm. Hm. Ich werde ihn machen. Ich werde ihn machen. Das ist besser. Ich weiß keinen Gang. Ja, du weißt es genau. Die Kerze. Frag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich hoffe, das geht dir, dass wir die neue Teile stehen. Ja. Ja. Ist gestanden. Ja. Eine Brille in die Hälfte. Ja, die Brille sind nicht die Hälfte. Ich habe den Brille in die Hälfte. Ich habe den Brille in die Hälfte. Die Brille. Ich habe den Brille in die Hälfte. Ein kurzer Prozess. Atlas hat den Sieg erlangt. Komm, Kammerjäger. Ups. Hey, KJ, ich bin immer auf der Suche nach Autoteilen. Bring mir die krassesten Kriegsmaschinen, die du da draußen findest. Und ich sorge dafür, dass du sie im Catch-a-Ride nutzen kannst. Hey, KJ, weißt du, was noch cooler ist als ein Booster? Ein verdammter Dreifach-Booster. Bring mir so ein scharfes Teil her. Ja, da ist eins hinter der Barriere. Ich hab's aufgemacht. Bring's zurück. Bring's zurück. Ich warb, ich war mit Ciro-Wählen. Hab doch nie eine schnellere Karre gesehen. Damit gehst du ab wie ein Zäpfchen. Versorg mir so ein Ding und hau den Booster rein. Warte, ich spreche jetzt mit Ciro, okay? Hm. Du suchst einen Weg. Ich räume den Pfad für dich. Schwierter sind praktisch. Was geht, Hohlköpfe? Hier war die Hölle los. Also gibt's ein Live-Update. Katagawa hat's verkackt. Aber das wusstet ihr sicher. Troy jammert rum, weil wir die Kammer noch nicht geöffnet haben. Und ich krieg keinen anständigen Fick, weil ich meinen Partnern immer das Leben aussauge. Das war's von mir. Ach, ihr seid beschäftigt. Cool. Wir sollten aber bald mal quatschen, okay? Fährst du noch immer wieder auf den Autos spazieren? Aha. Okay. Dann mach ich das nächste Mal. Das geht so. Ich will nicht was kaputt machen. Das ist das, was du hier bist. Vor allem, was wir. Vor jedem kriegst du Snide, gell? Wenn du die Teile schon hast, dann kriegst du's nix. Nicht mehr. Ja, ich bin bewusst. Ich will nicht die gleiche haben. Suche ich neue. Ja, woher warst du, dass du das neu gehst, ne? Ja, das muss ich halt raten. Würde ich in Tellurien? Warum nicht falsch? Was ist die Reise eigentlich da, meine ich? Ich hab abgebrochen, ne? Wieso? Warte mal. Soll ich? Ja. Ich will dir nix. Warte mal. Ich habe das. Warte mal. Ich kann nicht da. Warte mal. Das ist doch nicht so. Warte mal. Warte mal. mithilfe hey are bad ass, bereit die kammer zu knacken? cress nöcheln, nöcheln ich hab den ausmacht oh wie kaputt ich könnte nur noch nicht aufstehen ich kann auch ich komme ich bin ich bin ich bin ja da vorne, da vorne, da vorne gerade, oder? seh nicht so, Alter oh, da vorne, Alter oh, cool wer muss weiterfahren? da da vorne da vorne der hat's nicht, dann wir probieren komm von da, da ist der hier ich höre die Telekompläne so 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 los, komm raus aus der schwarzen Wand pfff irgendwann kommt's wieder her da du musst eigentlich nur den Fahrer treffen, oder? du musst hinrennen, E drücken wie wir's gelernt haben wie wir's gelernt haben bei der Ellie komm raus komm raus komm raus komm raus komm raus komm raus was bist du komm raus 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 da sind wir wieder da das kann ich auch warte so ich nehm das jetzt an mit dir da sicher was soll ich wohl sonst hier machen yo Ellie wir würden die Kammer gerne in einem Stück erreichen was hast du für mich? süße ich hab drauf gewartet dass du sowas sagst mach dich bereit für Projekt Doppel D Doppel D ist geil scheiße ja Ellie bitte bleib immer wie du bist du fährst ich brauche meine Hände also hehehehe ich denke du sollt fahren auch jo hat euch schon wieder Abwohnung hin? eigentlich immer grad eigentlich immer grad wir brauchen Musik mal sehen was Ellie hier hat okay Klassiker geil hey Superfan warum so eilig? du hast doch nichts dagegen dass ich deine Position an jeden Irren auf dem Planeten sende ja sicher? cool kümmer dich nicht um sie wir regeln das genau wie auf Athenas okay? was geht das meine Brüder und Schwestern? spontaner Stream für euch Kammerliebe versuchen euch die Kammer direkt unter der Nase weggeschnappen Lass ihr euch noch gefallen nur dass ein wenig sie schaden wollen ja wenn Sammler diese Aufgabe ist wie heute geschaffen da kommen sie macht sie fertig näher ran dann knall ich sie weg zügig zügig die ja da war gut das war gut Ich schulde dir ein Bier. Oh, was ist denn? Oh. Oh, was ist denn? Oh, okay, die Typen da brennen! Keine Angst, wir sehen Sie wieder an der großen Kammer. Lasst bis dahin diese Diebe dafür bezahlen, was die eure Kürten hier anbetan haben. Bring mich zum Eingang, dann mach ich den Weg frei! Tja. Ha! Zu langsam! Ich schau's. Was ist denn? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Alles klar weiter Los, mit der Jörg und Sack. Lilith, uns geht die Straße aus. Durch die Abflusskanäle. Komme ich gut. Verrösten. Alle Füße. Oh, sie verstecken sich in der Goste. Ich wusste immer, dass hier Müll sei. Jetzt sind jetzt endlich halt. Ich kann uns den Weg freimachen, aber wir müssen erst diese Idioten hinter uns loswerden. Wir müssen den Weg freimachen. 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 Und dann ist das ganz gut. Alles klar, weiter! Da vorne ist der Bahnhof! Ich hab sie gesehen! Ich hab die Aliens unten gesehen! Ganz unten! Sie leben unter der Oberfläche! Ich dachte immer, Aliens würden vom Himmel kommen, aber so ist es nicht! Sie leben unter uns! Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen! Ich warne immer alle, aber keiner glaubt mir! Sie sagen, ich bin verrückt, aber das bin ich nicht! Nur ich erkenne die Wahrheit! Es gibt Aliens, sag ich euch! Aliens aus der Tiefe! Jetzt muss ich erst draufstehen! Willst du verkaufen? Ja, die muss ich nicht haben! Ich hätte zu mir eh nichts gekochen! War komplett leer! Das war der P.A. gern! Ich werde mir interessieren, könnte ich bitte die Ablage und sicher rause... Hm? ...mein interessieren könntest du, glaube ich, nicht nutzen...